Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astrod unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement atemberaubend und für dieses müssen wir im Schrein des Sturms auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch die Zeremonienfeuer im Tempel mit Hilfe des Atems des Schreins entzünden. Und dafür müssen wir erstmal die ganze Inni clearen bis zum dritten Boss, ohne die ersten beiden Bosse zu töten. Also nur den ganzen Trash umhauen und dann springt ihr beim dritten Boss einfach runter und kommt wieder am Anfang. Und jetzt ist es so, dass hier ganz am Anfang ein Feuer ist. Und das nehmen wir auf und das ist nur da, wenn alle Bosse noch leben. Ganz wichtig ist, es müssen alle Bosse leben und dann könnt ihr das Feuer hier aufnehmen. Ihr wollt den ganzen Trash weghauen, weil wenn euch der Trash hittet, dann ist das Feuer weg. Ja, also sprich, müsst ihr wirklich safe machen, alles clearen und beide Bosse stehen lassen. Macht am besten das mit einer Stealth-Klasse, dann kommt ihr nämlich auf jeden Fall hier safe durch. Es kommt auch eine andere Klasse durch, aber mit einer Stealth-Klasse seid ihr so ein bisschen auf der sicheren Seite. Dann könnt ihr quasi hier auch diesen Port benutzen, also der bricht das Feuer auch nicht ab. Ihr habt mit dem Feuer keinen Buff, ihr habt das nur über eurem Kopf. Also man sieht es, denke ich, immer ganz gut, dass ich so ein Glitzerfeuer im Kopf habe. Wir haben hier zwar allen Trash weggemacht, aber ich bin mal auf Nummer sicher gegangen und habe dennoch hier den Stealth-Modus angeschmissen, weil, ja, sonst musst du den ganzen Käse nochmal machen und den ganzen Trash hier zu clearen, ein bisschen dauert das schon. Genau, und jetzt laufen wir quasi einfach den kompletten Weg wieder einmal zurück bis zu dem Tempel. Und zwar ist der Tempel, ja, die Geschichte, wo der dritte Boss drin hockt. Und dort sind zwei Zeremonienfeuer und die müssen wir entfachen. Und, ja, die zeige ich euch gleich, sobald wir da drin angekommen sind. Die sind nämlich rechts und links vom Boss einmal, das sind so kleine Schalen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, denn man will auch den Boss dabei nicht pullen, ja. Also da muss man ein bisschen schauen. Wie gesagt, das kann wahrscheinlich auch eine Non-Stealth-Klasse machen, das ist alles kein Stress. Mit einer Stealth-Klasse ist man da halt ein bisschen besser aufgestellt, ja. Und hier sind nämlich diese Feuer. Und da taste ich mich jetzt gerade so einen Ticken ran. Also das ist quasi das Feuer. Man kann es nicht anklicken, man muss hinlaufen. Und ihr seht, dann ist es entfacht. Ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, also ob man den Boss da pullen würde, wenn man nicht im Stealth wäre. Ich habe es nicht ausprobiert, ich war, wie gesagt, im Stealth und es ging aus. Und sobald man die beiden angezündet hat, tada, hat man das Achievement. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, wirklich, die ersten beiden Bosse dürft ihr nicht killen, ihr müsst euch quasi vorbeisneaken. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.